So, folgt Nummer drei. Schauen wir mal schon da oben rein. Ja, Honigraben, da ist was drin. Ja, gewichtsmäßig auch. Deckel umdrehen. Okay, da tropft ein Nektar raus. Einmal sitzen bleiben. Ich bin mal gespannt, ob die auch so wenig Futter haben. Also bis jetzt sind sie am Limit. Sie sind jetzt am Limit. Es war eine komplette Woche schlecht. Das ist leer, da ist gar nichts drauf. Da ist ein frischer Nektar. Okay, passt. Also da finden die auch was. Aber ich warte trotzdem mal ab, was die Waage sagt heute auf Nacht. Beziehungsweise mich interessiert eigentlich der Wert morgen. Weil heute eigentlich der Tag ist, da wo sie erst wieder ausfliegen, schauen wo alles ist. Und morgen geht es so richtig an sammeln. Vorausgesetzt morgen regnet es nicht. Es ist komplett bestiftet. Also da ist hier auch alles bestiftet. Hier auch. Schönes Blutnest. Oh, da sehe ich doch was. Und da ist definitiv was drin. Die haben sich gerade rausgezogen da. Geilet Royal. Kannst du jetzt die Geilet Royal sammeln? Ja, das kannst du sammeln, ja. Was kannst du damit machen? Verkaffeln, Essen. Wenn du letztens mal erzählt hast, dass du es mit Wundermittler schlecht hinsetzen hast. Angeblich ja. Aber du hast doch die Madi mit dabei, oder? Nein. Du kannst das schon sieben. Was mich einmal interessieren würde, ich weiß nicht, ob von jemand, der meine Filme anschaut, ob das jemand schon mal probiert hat. Man kann sich doch das Geilet Royal kaufen, ja. Mich würde interessieren, ist das unbehandeltes Geilet Royal? Also ist das so wirklich pur? Und könnte man nicht das Geilet Royal nehmen, so ein Weißlbecherchen mit Geilet Royal füllen? Also so oben. So wie es halt normal ist. Und dann da die Larve reinsetzen. Ob das funktioniert? Weil wisst ihr, Königinnen züchten ist jetzt nicht mehr Hauptaugenmerk. Da ist übrigens die Königin. Ja. Da ist Geilet Royal, Geilet Royal. Also da ist überall Geilet Royal drin. Da, wo der Schwarm abging? Ja. Ja. Schon, gell? Wahnsinn. Das ist auch eine ganz junge Königin. Der Matthias hat es gerade gesagt, das ist da, wo es der Schwarm abging. Das Volk. Und die würde nochmal schwärmen. Hast du gesehen? Oh. So, jetzt ist die Frage. Da ist eine Weißlzelle und die ist geschlüpft. Ist es die Alte oder ist es die Neue? Okay. Jetzt haben wir was Söltanes. Das ist ein Neu. Da ist noch Geilet Royal drin. Da ist noch Geilet Royal drin. Da ist noch Geilet Royal drin. Oh, oh, oh. Aber du hast die Königin gerade gesehen. Ja, ja. Aber das Wetter war schlecht. Was wird das bedeuten? Dass der zweite ein bisschen wieder passt und dann schwärmen wir es ab. Und wo war die zweite Königin? Irgendwo da. Meistens relativ weit weg von der anderen. Also ich kann mir irgendwann nicht vorstellen, dass das so eine Alte ist. Was aber eigentlich jetzt dagegen spricht, das ist Verhalten. Das ist das Verhalten, was sie sich verhalten. So, wo ist sie? Wenn eine da ist. Entweder die haben das Geilet Royal nicht ausgeräumt. Vom letzten Mal noch, weißt du schon. Mhm. Aber das war ja jetzt auch schon drei Wochen. Nein. Das kann man mir nicht vorstellen. Dass drei Wochen lang... Oder du hast das letzte Woche auch aufgemacht und so nicht ausgeräumt. Nein. Nein. Das war der Aufbissen nicht. Oder sie haben selber ausgeräumt. Dass sie gesagt haben, nein. Und haben die dann ausgeschmissen. Das kann nämlich auch vorkommen. Das sind auch viel zu viele Stifte da. Ja. Also wenn jetzt das schwärmen würde, wollen, dann wären viel weniger Stifte da. Und ihr habt ja gesehen, die Königin vorher, die ist eigentlich nicht gerade klein, also die ist definitiv noch Vollgas in Eilage. Machen die Königinnen die Eilage auch wetterabhängig? Ja. Futterabhängig. Futter? Futterabhängig. Was reinkommt praktisch. Genau. Immer was reinkommt. Also ob es da jetzt kalt oder warm ist, interessiert die eigentlich null. Aber Regen interessiert die schon, weil da können sie auch nicht fliegen. Also indirekt ist sie wetterabhängig. Richtig. Aber nur indirekt. Der Hauptindikator ist eigentlich nur, was Futter reinkommt. Was Futter reinkommt. Dann kannst du die Eilage eigentlich auch mit einer Fütterung beeinflussen. Richtig. Richtig. Bevor das, wenn jetzt eine längere Zeit eine große Trachtpause ist, dann wird das aus der Eilage, gell? Und dann brechen die Völker ein. Wenn du das verhindern willst, dann fütterst du. Deswegen füttert man ja Ableger auch. Am Anfang. Solange sie nichts haben. Dann kann man es einfach nur ein bisschen pushen. Dann ist der Bautrang. Weil der Bautrang ist nämlich auch wiederum abhängig vom Futter. Was kommt Futter rein? Wenn kein Futter reinkommt, bauen die nicht. Das siehst du jetzt in der Kamera voll schön. Seit zwei Wochen ist es absolut unverändert. Die bauen um gar nichts. Gestern ist schon gemut worden, da gibt es ja noch Drogen. Ja. Beziehungsweise, dass immer noch das Gleiche, dass das eine Aufnahme ist. Stampeln. Ja, dass der Stampel ist. So immer die gleichen zwei Minuten. Aber ich kann euch garantieren, dass vom Livestream, das ist wirklich live, die bauen wirklich einfach nicht. Aber das liegt dann wirklich daran, wir haben jetzt eine Woche absolutes Scheißwetter und die Woche davor, die war einfach nur schlecht. Also die konnten nie fliegen. Und wenn dann vielleicht am Tag 20 Minuten. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was drin. Dann gibt es wieder einen kleinen Cut, dann haben wir beim nächsten Folg. So, dann haben wir bei Folge Nummer 4. Ja, da ist definitiv im Honigraum was drin. Die sitzen auf zwei Broträumen. Ich könnte vor allem was schröpfen. Ich könnte vor allem was schröpfen. Entweder diese Woche oder nächste Woche. Nächste Woche definitiv. Was jetzt mit der Trachtlücke, wenn wirklich eine Trachtlücke ist, ist das unklug war. Das ist halt jetzt der Vorteil an einem zweizeigigen Brotraum. Da ist höchstwahrscheinlich jetzt auch genügend Futter noch überall mit dabei. Da ist schon was. Also da sind auch die Futtergrenzen da. Gehts? Ja, ich schau bloß ob es mittelbar ist. Da ist genug Futter in dem. Da gehts auch schon mit Brot los. Da ist aber ein Rohr, einfach eine Biene. Also der Rohrdruck steigt langsam, aber es ist immer noch bei mir hier im grünen Bereich. Also da ist kein Handlungsbedarf. Das schaffen die Völker alles noch ganz von allein. Wo die das eigentlich eh eigentlich sehr fleißig immer ganz von allein schaffen. Da ist komplett bestiftet in der Mitte auch. Also ich nehme an, die Königin wird wahrscheinlich jetzt dann da irgendwo gleich kommen. Gezeichnet? Ja. Das ist eine rote noch. Das ist eine rote Königin. Da ist auch alles bestiftet. Komplett. Bis zum letzten. Da tropft ein Nektar hast du gesehen. Frische. Das ist schön angenehmer zum Anschauen. Und dreht noch bloß hinten ein bisschen leicht schneiden, wenn es wirklich ist. Was sollst du? Ja, ganz leicht bloß oben. Die Baumkrone. Das sieht kein Mensch. Ja und? Gut. Die Spillnäpfel sind weg. Also Brutnäste ist schön vorhanden. Wie man sehen kann. Da ist die Königin. Das ist auch eine brave. Der Fling macht mich verrückt. Mir greifelt die ganze Zeit der Fling auch von dem Fuß. Ja, der Fling, der stresst mich. So. Da ist eigentlich auch nichts. Das Volk hat auch nicht zu verpropelt für die anderen. Aber trotzdem, das ist irre, oder? Nach vier Völkern kriege ich die Finger kaum da auseinander. Wo es das wesentlich weniger hat. Aber das ist für mich so ein Zeichen, wenn alles so golden wird. Dass die Ladies, also dass das Jahr rückwärts läuft jetzt. Da wir eine Halbzeit haben. Da ist gut was drin. Und bloß ich warte halt noch. Ich hoffe auf den Waldhonig. Die eine Blüte habe ich vergessen zum Rühren. Und den einen Kübel, den 25 Köln Kübel habe ich vergessen zum Rühren. Das ist wie ein Beton. Und rührt man auch? Schon. Das ist schwierig, oder? Ja, man hat der Rührer ein bisschen härter oben. Was? Immer auf der Seite, wo ich bin. Weil dann kann ich keine vergessen. Letzte, sondern auch beim untersten Bruderraum. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt los ist. Weil da müssten sie wahrscheinlich noch ziemlich gut bauen müssen. Aber Futter ist definitiv in den Völkern gut genügend da. In den zwei Zeigern. Weil da ist einfach genügend Platz. Also es ist nicht nur ein Nachteil, wie viele sagen. Der zweite Bruderraum. Den einzigen richtigen Nachteil, wo ich jetzt kenne. Das ist eigentlich, dass man die doppelte Menge an Bienen durchschauen muss. Aber im Großen und Ganzen weniger Schwarmstimmung. Trachtlücken werden besser abgepuffert. Da unten gibt es wahrscheinlich nicht viel zum Schauen. Weil das ist alles noch. Aber seht ihr das? Alles so golden. Das ist ein Zeichen, dass normalerweise Halbzeit angesagt ist. Und dass normalerweise der Waldhonig ist. Also wenn so Propel ist, Massen reinkommen, dann ist das meistens auch ein Zeichen. Das siehst du, wenn das auseinandert sich. Dann ist das meistens auch ein Zeichen, dass... Jetzt schauen wir mal. Theoretisch könnte ich die untere Kiste gleich so nehmen, wie es ist und einen Ableger machen. Kann man eigentlich machen, oder? Da sind ganz volle frische Stifte drauf. Na ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einstehen soll. Wenn dann mal sich das da unten mit einstehen. Da war das braune Kastlstädter, aber da stehen jetzt gerade der Mini Plus. Den muss ich auch noch durchschauen dann. Na ja, das ist mal nächste Woche. Also alles, was da so hellneu ist, das ist alles vom Geschröpften. Oh mein Gott. Das ist komplett frisch bestiftet. Da auch. Haben sie jetzt schon erst gebaut, oder? Na ja, dann lassen wir es. So. Oh Gott. Das liebe Propolis. So. Dann kommt der wieder drauf. Wir brauchen ein bisschen Rauch. Dann kommt der Honigran wieder drauf. Und dann gehen wir zum nächsten Völkchen. Zum Fünfer. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Da ist definitiv was. Gut. Dann geht es einen Cut. Wenn du sie sch realidadet, einfawy.